Ursprünglich geliefert worden sind diese Kameras ja nicht mit dem Prisma, ja, das hat man sich extra dazu kaufen können, sondern mit den Dinger da. Schachtsucher heißen die, die haben da hinten den Knopf mit Pfeil zum hinüberschieben und schon kloppt es auf und wenn man jetzt so wie in dem Fall durchschaut, sieht man nichts, weil die Kamera nicht aufgezogen ist, weil also der Spiegel oben ist, könnt ihr sich also so den Spiegel anschauen. Sehr gut, dann ziehen wir einmal auf. Jetzt müssen wir theoretisch mich da sehen, wenn ich da so reinschaue. Dieser Schachtsucher hat da drinnen eine Lupe. Und mit der Lupe kann ich dann ganz genau zurückgehen. Das funktioniert erstaunlicherweise mit der Brillen. Und kann dann recht genau scharf stellen. Das vergrößert also genau die Mattscheibe, die da drinnen ist. Und das Letzte, was wir da noch haben, das ist dieses Ding da. Ja, wie könnte man das jetzt bezeichnen? Ich glaube, damals ist das Spotsucher genannt worden. Weil es ist ein bisschen ungewohnt, wenn man so von oben in den Schacht hineinschaut, weil da ist es links und rechts vertauscht. Also wenn ich so hinübergehe, schaut das da drinnen genau andersrum aus. Und wenn man aber im Sport fotografieren wollte, dann hat man schnell irgendwo durchschauen müssen. Und hat also durch diesen Rahmen sozusagen einen Eindruck gekriegt, wo man ungefähr da hinfotografiert. Kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. So, damit hätten wir den Schachtsucher auch erklärt. Ja, jetzt braucht man eigentlich nur mehr fotografieren. Da ist jetzt oben ein Mir-Objektiv. Das ist auch noch nicht schlecht. Und zwar ist das in dem Fall ein 65er. Lichtstärke 3,5. Ja, wenn wir das mit Kleinfeld vergleichen, das fühlt sich ungefähr so an wie ein 35mm Weitwinkel. Und diese Kameras, die haben ein Bajonett. Das nennt sich P6 Bajonett. Kommt tatsächlich von der Pentacon 6. Ja, da habe ich diesen Ring da. Den Drehgänger und Uhrzeiger sind, gerade 20 Grad oder so. Dann kann ich das Objektiv wegtun. Kann man da jetzt da drinnen den Spiegel anschauen. Der bei meiner Kamera recht schön ist. Und das Objektiv, da habe ich das zweite. Das nimmt man dann ganz einfach. Das nimmt man dann ganz einfach. Wo ist denn da oben und unten jetzt? Bei dem Objektiv, da sieht man da den Stössl, der die Blende dann zumacht. Und da oben ist so ein kleines Stiftl. Das ist oben. Das gebe ich da rein. Und dann brauche ich nur im Uhrzeigersinn, 20, 30 Grad oder was. Einfach bis es klemmt. Und fertig ist die Geschichte. Das ist jetzt Karl Zeiss, jener, 80mm 2,8. Das ist so quasi das normale Objektiv für die Kamera. Wenn man da durchschaut. Das vermittelt so den Eindruck, als wie man es gewohnt ist. Also wenn man so da durch die Gegend schaut. Okay. Gut, jetzt haben wir also den Sucher gewechselt. Wir haben das Objektiv gewechselt. Und jetzt könnten wir eigentlich mit dem Filmen loslegen. Also als nächstes, wie kriege ich den Film in die Kamera?